Hallo Leute, heute gibt es das Unboxing vom neuen iPhone 13 Pro Max, in unserem Fall die 128 GB Version in Sierra Blau. Wir fangen an. Zunächst nehmen wir den Karton, wir haben hinten so ein Zieher, dann kann er so ziehen, um das aufzumachen. Ohne Plastik, nur noch Pappe. So, dann können wir einmal das Gerät rausnehmen. So, wir haben hier einmal das Gerät, jetzt nehmen wir einmal das raus, legen es erstmal auf die Seite und haben jetzt nur noch das Lightning auf USB-C Kabel, natürlich kein Netzteil dabei, muss einzeln gekauft werden. Das haben wir hier nochmal für genau 25 Euro extra, weil die selbst keine Netzteil mehr dabei packen. Dann haben wir hier noch ein paar Beipackzettel, wahrscheinlich auch wieder Apple-Sticker, gucken wir mal kurz. Einmal das Simi-Jack-Tool, brauchen wir eh immer und wahrscheinlich hier sind nochmal Apple-Sticker, hier sind nochmal weiße oder silberne Apple-Sticker. So, dann nehmen wir einmal das Gerät, machen wir das hier weg und dann ziehen wir einmal ab. Auch Pappe, kein Plastik mehr. Und dann gucken wir mal kurz. Ja, Kameras. Ja, das ist der Unterschied zu meinem. Ich habe noch einen XS Max, da ist der Anschluss, äh, der Simi-Kasten links, vorher war rechts und sonst die anderen Tasten sind eigentlich eh nicht geblieben. Mute-Switch und die normalen Tasten. Einmal kurz gucken, ob es angeht. Wahrscheinlich geht es schon an. Und dann ist das mit dem Einboxen gewesen. Ja, Fragen und in den Kommentaren, verdammt auch mega voll. Dankeschön, ciao, ciao. Vielen Dank.